Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Dümarok Cortado. Im Mai 2018 veröffentlichte Dümarok sein letztes Album Mokro. Jetzt steht das vierte Soloalbum des Frankfurters an. Cortado kommt mit 15 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Flair, Haftbefehl und Samra. Das Release kommt über Asalax und erscheint digital. Bones MC Hollywood. Obwohl Bones MC schon viele Jahre mit dabei ist, erschien mit Krampfhaft Kriminell bis dato nur ein Soloalbum von ihm und dieses stammt aus dem Jahr 2012. In den Jahren danach erschienen mehrere Labelsampler der 187 Straßenbande sowie diverse Collaboalben mit Jesus und Raph Camorra. Jetzt ist es an der Zeit für das zweite Soloalbum des Hamburgers. Hollywood beinhaltet 13 Tracks. Features kommen unter anderem von Jesus, Alex und Safir. Das Album kommt über 187 Straßenbande und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Micky Kurvenmucke 2 Der erste Teil, Kurvenmucke, erschien im Oktober 2016. Danach folgten diverse Collaboprojekte bei seinem alten Label Kopfnuss Musik. Nachdem das Label aufgelöst wurde, entschied sich Micky dazu, sein eigenes Label Malochamusik zu gründen. Kurvenmucke 2 kommt mit 19 Tracks, die genaue Tracklist wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Das Release kommt über Malochamusik und erscheint als CD und auch als Box. Weekend Lightwolf Im Oktober 2017 erschien mit Keiner ist gestorben das letzte Album von Weekend. In den letzten Jahren wurde es dann eher still um den Gelsenkirchener. Knapp drei Jahre später meldet sich Weekend mit seinem neuen Album über sein neu gegründetes Label I Love Wochenende zurück. Lightwolf beinhaltet 13 Tracks, Features wurden bis jetzt keine bekannt gegeben. Das Album kommt über I Love Wochenende und erscheint als CD und auch als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne in den Kommentaren dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.